Herzlich Willkommen zu RRO TV Sport. In der heutigen Sendung sprechen wir über eine Randsportart im Oberwallis, genauer gesagt über den Handballsport. Zu Gast ist Dominik Karlen, er ist langjähriger TK-Chef des Handballklubs KTV FISB. Dominik Karlen, wenn ich sage Randsportart im Oberwallis, kannst du dir dem zustimmen? Ja, das stimmt vollkommen, weil es gibt im Oberwallis zwei Vereine, das ist FISB und FISB-Berderben und sonst hat es keine mehr. Also früher hat es mal noch Bricke, aber durch den Mangel an grossen Hallen ist der Verein neu verschwunden. Du bist verantwortlich als TK-Chef für die Mannschaft, für die erste Mannschaft insbesondere vom KTV FISB. In der ersten Liga spielt ihr da. Tizia, also seid ihr völlig gut unterwegs, in der Spitzengruppe da. Also es klappt ganz gut in dieser Saison. Ja doch, also wir sind sehr zufrieden. Diese Mannschaft hat sich jetzt nach den fünf Jahren, die wir in der ersten Liga sind, konsolidiert. Also wir haben unsere eigenen Spieler auf das Niveau müssen bringen. Wir haben ja auch zwei sehr gute Verstärkungsspieler. Und die Mannschaft haben wir können zusammenhalten mit dem guten Trainer, dem Medo Ali Hotchic. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Hast du gedacht, dass letztes Jahr seine Trainer einer unteren Tabellenhälfte waren, da fast eine Abstiegsregion. Und jetzt oben auch dran, fast mit der gleichen Mannschaft. Wie ist das möglich? Ja, ich habe letztes Jahr die Mannschaft eigentlich nicht das gebrungen, was ich mir vorgestellt habe. Also wir haben Ende August zum Beispiel gegen B-Mannschaften gespielt, die wir sehr gut haben mithalten. Haben aber dann die Leistung auch nicht in die Meisterschaft, in der ersten Hälfte gebrungen. Rückrunde ist dann viel besser gewesen. Also wir haben in der Rückrunde Kümmer-Matsch verloren. Und das hat mir gezeigt, dass wir doch auf dem rechten Weg sind. Könntet ihr nach oben auch mithalten. Aber es hat doch ein oder andere Verstärkungsspieler dabei. Braucht es das? Ja, es braucht es sicher, weil eben, wie du vorhin gesagt hast, wir sind ein Randsportort. Also ich habe nicht die Möglichkeit, hier in unserer Region Spieler zu holen. Wir haben die Spieler, die wir selber mit Fispertarben ausbilden. Und dann brauchen wir auf diesem Niveau von Zeit zu Zeit Verstärkungsspieler. Also das heisst, Spieler, die von auswärts kommen. Und dazu, dass die Eisgewändchen noch ein bisschen in uns Blut geben. Sonst meinen wir, wir machen alles recht und was ja nicht immer so vor. Wie kommt man denn eben so zu Verstärkungsspielern, eben ausländischen Spielern, die in den Superwallis kommen? Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht leicht für dich als DK-Chef. Nein, es ist nicht leicht. Aber ich bin jetzt mehr als zehn Jahre technischer Leiter und habe also sehr ein gutes Beziehungsgeflecht. Also in der Schweiz wundern es sich immer, wie die Spieler auf Fispertarben kommen dient. Und durch das, wo man sich jetzt die Jahre aufgebaut hat, hat man auch entsprechende Kontakte, dass man sieht, ja, das könnte etwas werden oder nicht. Und die kommen nicht nur gerade für eine Saison, sie sind wieder weg oder so, die entschiedlich gut integrieren? Ja, die sind sehr gut integriert. Also wenn ich jetzt lüge, der Lenzertschon ist jetzt die fünfteste Saison, der bald hier. Der hat sich voll integriert, sowohl beruflich wie auch sonst im Umfeld vom Verein. Und das ist natürlich auch eines, oder auch eines unserer Ziele, dass wir nicht nur einen Spieler haben für ein Jahr, sondern den Umfeld, den wir müssen betreiben, für so einen hier zu bringen. Das lohnt sich eigentlich nicht, wenn es nur eine Saison ist. Jetzt sind wir eben da in einer Spitzengruppe an der ersten Liga. Schaut jetzt schon ein bisschen aufschieben, Richtung Nationalliga B. Ist das ein Thema? Ja, das Thema, ich glaube, man muss es immer realistisch bleiben. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt, die hat auf einem effektiven, defensiven Top-Niveau gespielt. Da sind die Gegner sogar erstaunt gewesen, wie wir verteidigen konnten. Und es ist auch ein sehr schmaler Grat. Also ist ein Kader nicht so breit, als wir 20 Spieler haben, wie zum Beispiel andere. Und wenn sich natürlich einer von den Leistungsträgern verletzt, dann ist man das nicht aufzufangen. Ist das immer schon recht schwierig. Wie kann man eben so das Kader finanzieren? Eben, ausländische Verstärkungsspieler und so weiter. Das kostet sicher auch gerade etwas. Wie könnt ihr das machen, eben so mit einem Randsportclub? Ja, wir haben natürlich, nebst den Sponsoren, die wir haben, die wir in den letzten Jahren auch immer mehr haben probiert, Sponsoren eine gute Gegenleistung zu geben, haben wir natürlich auch unsere Events. Also der Ding ist der FESBIA Beach Event, den man vor zehn Jahren mit Beach Home Ballot angefangen hat und mittlerweile im Oberwallis wahrscheinlich fast nicht mehr wegzuteichen ist. Und das ist für uns natürlich ein zentraler Punkt im Budget. Wie hoch hat ihr das für eine erste Mannschaft? Wie kann man sich das vorstellen? Aussenstädlich kann man sich das fast nicht vorstellen, was es braucht. Also ja, das Budget für eine erste Mannschaft, das geht da mittlerweile zu 50, 60,000 Schweizer Franken. Man muss zwar sagen, wir alle Reisen sind auswärts, also enorme Distanz. Wir sind der Verein in der Schweiz, der für einen Handballspurt am meisten reist. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Also das nächste ist Thun und nachher geht das weiter bis auf Basel, mehrmals Basel. Und das sind natürlich sehr grosse Distanzen. Du hast es angesprochen, ganz am Anfang, es braucht auch bei euch Infrastruktur, sprich Hallen, für diesen Sportchen auszuziehen. Wie habt ihr es hier in FESB? Klappt das gut? Ja, also ich muss sagen, mit der Gemeinde FESB-Heuer seit den Jahren, die ich jetzt technisch leite, sehr gut zusammenarbeite. Also das funktioniert sehr gut. Heute haben die Gemeinde FESB-Stellte ist die Infrastruktur zur Verfügung, wenn immer möglich. Und das brauchen wir euch. Also wir können, wie gesagt, wir müssen mindestens so viel trainieren, für unsere eigenen Spieler auf das Niveau zu bringen. Und da hat die Gemeinde FESB-Heuer immer sehr gut unterstützt. Was natürlich für uns von der Entwicklung der Sportart der Normen Schaubens wieder wird geben, ist die neue Dreifachhalle im FESB. Im Sond, ja. Ja, wo vor 2004, wo der Entscheid gefallen ist, wo ich damals schon gedacht habe, das wird für uns ein nächster Meilenstein gewesen sein. Die Schauke für die Zuschauer. Ja, und dieses Jahr, muss ich sagen, stimmt natürlich momentan gerade alles. Also das eine spielt vorne mit und die Zuschauer kommen dann auch genuss in der neue Halle mit der super Sicht auf das Feld können auch Handball können verfolgen. Und das hat immer mehr externe Wäuche und kann Handball schauen. Seit ein paar Jahren arbeitet ihr auch mit FESB-Tärbenen zusammen. Die haben ja auch mal einen eigenen Handballklub gehabt. Jetzt seid ihr mit denen zusammen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit denen hier oben? Ja, also FESB-Tärbenen ist eigentlich immer noch ein eigenständiger Verein von dem her. Aber wir arbeiten seit euch schon mehr als zehn Jahre im Nachwuchsbereich zusammen. Weil FESB-Tärbenen hängen gar nicht die Ressourcen, auch ein eigenes Nachwuchsteam zu machen. Also wir haben im Prinzip zweigetrennte Vereine. Im untersten Bereich hat jeder Schiene eigene, also meine Bereiche. Nachher, sobald das Team auf FESB-Tärbenen kommt, werden die Junioren und Teams zusammengelegt. Das gibt uns eine grässere Breite und wird zum Beispiel momentan zeigt. Also es hat momentan... Jeder Spieler von der Tärbenen meine ich? Ja, drei, vier Spieler. Also der Präsident von der Tärbenen hat schon gemeint, wir müssen sie wahrscheinlich langsam dernahmendern. Also die sind wichtige Stützen in der ersten Mannschaft? Jawohl. Die Tärbener? Also wir haben da nie einen Unterschied gemacht, ob einer von FESB oder von der Tärbenen ist. Also wie gesagt, wir sind Randsportart, wir müssen uns die Möglichkeiten, die wir hier im Oberwallis haben, das möglichste aussen holen. Und da spielt eigentlich die Herkunft keine Rolle. Also unser Ziel ist, den Handball allgemein weiterzubringen. Also im Oberwallis FESB und der Tärben Handball, wie sieht es im Unterwallis aus? Mit Handball, da ist nicht viel umgegangen? Nein, da ist nicht viel umgegangen. Also früher hat es noch Seiderski gegeben, nachher ist das mal in SIT-Ups gewesen, aber die haben eben genau die gleichen Probleme. Also dass Ski nirgendwo in die Einfachhalle durchkommen, und wenn man das einfach nicht hat, dann kann man auch die Sportart nicht voll ausführen. Und über kurz oder gelangen, wenn man die hohen Kapazitäten nicht bekommt, dann ist das fast ein süssiches Los unterfangen. Frankreich ist eine riesen Nation im Handball-Sport, weltweit, Weltmeister, Olympiasieger usw., aber in der Westschweiz hat der Sport noch nie so recht Füße gefasst. Warum eigentlich das? Ja, noch nie so recht Füße gefasst, aber es kommt. Also wenn ich natürlich damals schaue, also vor 20, 30 Jahren, als ja FESB Westschweiz war das Nummer 1 und mittlerweile muss man sagen, Westschweiz hat sehr gut gearbeitet, also in den letzten 10 Jahren von unten anbrief, die hatten vor Jahren mal Genua, die mit einer Weltkarte in die Nazi A ist gekommen, ist dann wieder abgestiegen, aber hat im Nachkunftsbereich oder auch jetzt Lausanne, also die haben auch Leistungszentrum, also ähnlich wie wir, also Sportschule und solche Modelle und mittlerweile ist Genua Nazi B vorne drinnen. Welche Nummer sind ihr jetzt in der Westschweiz? Ja, wir sind etwa die Nummer 3, also Nummer 2, 3, also West ist ja momentan erst und wir eben in der Spitzengruppe, also wir sind, das ist momentan so ein bisschen in der ersten Liga um die Vorherrschaften. Aber ihr spielen nicht mehr in der Westschweiz, sondern in der Region Bären, ja. Ja, also wir sind jetzt neue Bären angegliedert oder neu, das ist auch schon 15 Jahre, Bären Jura heisst die Region, weil das ist einerseits vor allem vor 15 Jahren ist einfach das Niveau in der Westschweiz im Nachkunftsbereich sehr schwach gewesen, dass wir uns entschieden haben, den uns gescheitert in Regionen zu gehen, wo es Nazi A vereine hat, dass die auch mehr gefordert werden. Du hast es vorhin gerade angesprochen, Westbien Nobelis gibt, das ist ein wichtiger Anlass im Handballclub KTVV ist, wenn ihr eben könnt eure Finanzen sammeln mit Beach-Handball, wenn du euer Leben gerieft hast, wie ist das angekommen über alles? Beach-Handball? Ja, Beach-Handball, habe ich den Eindruck, es ist, wenn man es zuschauen kann, es ist sehr attraktiv, also es ist für eine Laie, die jetzt nicht gerade Handballfachmann ist es sogar attraktiver als Halle-Handball, weil das Problem ist, am Halle-Handball fehlt das, es ist eine harte Sportart, also Mann gegen Mann, muss man sagen, und da geht es zur Sache und im Beach-Handball ist das eben mehr technische Finesse, weniger Körperkontakt und ich sage dir, von dem her ist das eigentlich nicht unattraktiver zu machen. Gibt es da auch Meisterschaften, wenn ihr mitmachen, oder ist das mir blauschhalber so ergänzig? Nein, also es geht wie eine Sommermeisterschaft, also das ist ähnlich wie zum Beispiel im Deutschland Beach-Soccer oder solche Sachen, wo man über Sommer mehrere Turniere besuchen kann und dann nachher kann man sich für das Schweizer-Finale qualifizieren, also Ischi Junior hat sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich regelmässig für die Schweizer-Finale und da ist schon Medaille geholt und durch das, dass wir natürlich sein eigenes Turnier im Fischbein ist, ist das alles einfach. Aber es ist noch relativ aufwendig, jedes Jahr das ist noch gar nicht so leicht. Nein, das ist ein reisen Einfund, also man soll sagen, wir haben es Glück, dass wir hier Sponsoren haben, wo uns das ermöglichen zu tun, weil andernfalls wird es für uns sehr schwierig, den Anlass durchzuführen. Beach-Handball ist eins, wie sieht es mit Damen, gibt es das auch? Macht ihr euch Damen-Handball? Wie steht das in diesem Moment? Also Frauen habe ich ja vor zehn Jahren auch ein, dass sie hier im Wallis ins Leben geriefen. Durch den Häufel abgefangen? Ja, ich bin der, der immer einiges aufzieht. Und da sind das Leben geriefen, weil ich mal gewusst habe, es hat Frauen, also von auswärts, die hier in der Region sind. Und Frauen ist halt noch schwieriger vom Grössten her, von unten her. Aber ich wäre ja momentan von einer U-17-Mannschaft, also die sind unter zwölf Besten von der Schweiz. Wir haben eine Junioren-Nationalspielerin mit der Weyrebecka und diese Frauenmannschaft spielt momentan in der zweiten Liga, also höchsten regionalen Liga. Also ein guter Auschwung von der Damen-Handball. Ich sage das schon und jetzt haben wir gerade vor 14 Tagen noch eine polnische Spielerin von der höchsten Liga verpflichten können, dem Frauen-Handball auch zu ersetzlichen einen Schub zu vergleiten. Noch älteren Bereich mit der Mannschaft? Ja, bei dir ist es, wir müssen zuerst mal schauen, dass wir unten an der Nachwuchs haben. Und bei den Frauen ist halt auch so, mit noch 20 sind da die familiären Prioritäten manchmal anders. Und sie können zu holten, habe ich gemerkt, das ist weniger als im Männer-Handball. Wie ist es denn mit Schule- und Sport- und Sachen-Handball? Wir wissen ja, die Hockeyaner fördern, die Fussballer, die Skisportler funktionieren. Das im Handball im Oberwahl ist auch? Ja, wir haben vor drei Jahren die Möglichkeit bekommen, dass der Kanton das Programm aufgenommen hat. Und wir haben jetzt zum Beispiel wie Rebekka, die in der Junioren-Nationalmannschaft ist. Die hat vor allem auch durch das sieben Trainings pro Woche in dem Sinne. Schuhe. Ja, und wir haben jetzt momentan sechs, sieben Stück, die in der Sportschule mitmachen. Und wir sollen sagen, durch das Konstrukt, das es gibt, haben wir natürlich enorm Augen gegenüber der Rannerschweiz. Also die sind sehr erstaunt, was wir als Randsportart machen, dass wir Sportschule machen, weil das sind wir auch von Mandiva wie die Nation Vereine. Du bist nicht nur TK-Chef an der Erstenmannschaft, du darfst selber auch Junioren trainieren, also vielseitige Handballer hier, von Funktion her kann man sagen. Wie sieht es uns mit dem Nachwuchs, mit den Junioren, bei euch hier im Klub? Ja doch, wir sind im Nachwuchsbereich momentan auch sehr stark, also zum Beispiel die letzten zwei Jahre mit U13 im Schweizer Finale waren, also unter 14 besten Mannschaften, sind momentan in allen Junioren Klassen sehr gut. Einige Ziel ist auch unsere Sportart und vor allem zukünftige Einwohner entwickeln, dass wir sehr gut ausgebildete Trainer haben, wo wir sehr grosse Anstrengungen treten. Was würdest du Bardo, wenn ich gerade unterbrechen, was würdest du eben so Schieler oder Schielerin sagen, warum sollte Skihandball spielen? Was ist die Faszination von diesem Sport? Ja, also ich glaube, anfangs mal mit uns kommt jeder zum Spielen, also nicht wie in anderen Sportarten, die vom E- und Auswechseln, man kann ja ständig E- und Auswechseln, das ist sicher gut. Niemand muss lange sitzen bleiben. Jawohl, und nachher ist es auch vor allem im untersten Bereich, also es soll eigentlich jeder spielen können. Wir haben das eine, wir haben das Zweie, wir haben eine dritte Mannschaft auch noch, bei einer Applausch-Ebene ist, also wir wollen im Prinzip im Verein jedem Scheissgefass geben. Das ist im Juniorenbereich sehr gleich. Klar, da sind wir momentan ein bisschen im Clinch, weil wir schon Leistungssportler in dem Sinne, die bei den Besten sind und natürlich Schwächere. Und das ist halt das Problem von unserer Region, also in der Titschweiz spielen die Gewände in Leistungsmannschaften, also regionlos haben 5-6 Vereine, die die besten Spieler in Fassi geben. Und mit uns haben wir eigentlich uns eigen weg müssen suchen und ich glaube, dass das nicht so schlecht kommt. Von den Junioren geben wir noch einmal einen obersten Brief und ein bisschen zurück, Nationalliga A und B. Du selber warst auch einmal A und B Spieler mit dem Handballklub Horgen. Wie hast du die Zeit noch in Erinnerung, wann in der höchsten Liga konntest spielen als können? Also wenn ich da sehe, ich habe damals gegen J. Wong Kong den Handballer weltweit spielen können, also den Rommel können mannähen und ich glaube, das hat mir auch sehr viel gegeben. Also ich glaube, heute von dem, was ich erzählen kann, von der Erfahrung, das ist natürlich enorm viel, was ich damals schon gelernt habe und ich glaube, dass ich so weiter kann der Handball von damals, wenn du Juebel gespielt hast, dann A und B in der Deutschschweiz nur vergleichen, wie heute der Handball gespielt wird? Ja, nein, er hat sich enorm entwickelt, also von der Athletik natürlich, das sind schon riesen Unterschiede und ich glaube, ja, es ist vom ganzen Spiel auch viel schneller gekommen, es hat auch gewisse Regeländerungen, wie ein schnelles Waschspiel gegeben, das damals noch nicht war und das hat auch die Konstellation des Spiels verändert, also zum Beispiel früher hat der Rückraum 70-80% von den Goals geschossen und heute ist es so, dass Flügeln die Hälfte von den Goals schiessen durch schnelle Gegenstieße, also Mannschaften, die das nicht machen konnten, haben eigentlich gar keine Chance. Es hat es nicht manchmal, weil es eben in die Nationaliga und die B, wir haben noch einen gehabt, der Frank Heinzmann, der war hier oben sogar in die Nationalmannschaft, dass es dir nicht ganz gelangt? Nein, also ich habe damals auch noch studiert, parallel in Zürich an ich muss sagen, es sollte mal die Konstellation geben, dass wir jetzt Fisch losgefahren sind, auf Däun zu spielen und ich den Match gegen Frank also wir beide Oberwalliser gegenseitig gespielt haben, weil er rechtenflügel war und ich linkenflügel war und dann am Matsch, wir haben dann verloren und sind wir wieder gemeinsam zurück auf Fisch gekommen. Ganz speziell, aber Frank hat es eben doch Länderspiel gebrungen, ist das ein Traum, dass wir den Tags wieder einen Oberwalliser erkennt dich bis oben am Beruf National Liga Nationalmannschaft geht. Schwierig. Ja, ich schliess es jetzt nicht aus, also mit dem Sportschulkonzept, also wenn die jetzt so mit dem Trainingsaufwand den die Betriebe dient, also wird dann mal mit 20 oder 18 Inzen der Sprung kommen oder die Frage kommen, die die sich überlegen müssen, die Fischbe Erste Liga vielleicht bekommst du ein Angebot vom ACA-Verein als Beispiel vor drei Jahren der Nikolas Rämi der Echte Zweier der Nationalmannschaft momentan der hat auch noch Erste Liga gespielt und war ein Jahr später in der Ozean gewesen. Frank Heinzmann der Derbener in der Nationalmannschaft hat mal einen Satz gesagt man kommt nicht als Handballer zur Welt man wird es. Was hat er gemeint mit dem dass man vor allem das arbeiten sollte oder das nicht nur das Talent bräucht. Talente ist vielleicht 10-20% das bräuchte man gewisse Niveau zu spielen aber Handball ist natürlich und das ist auch was ich in der Aktion sehr faszinierend fand Handball ist nicht nur eine Kraftsportart es ist sehr viel im Kopf von der Laie sieht es vielleicht weniger aber wenn ich auf Top Niveau Champions League spielt sich fast alles im Kopf ab also ein Goalie nur ein Beispiel der Schlüsselspieler vom Gegner weiss in jeder Situation wo könnte er hinschießen und kann auf das reagieren Typisch als ehemaliger nationaler Gaspieler jetzt sogar Juniorentrainer das ist wichtig dass man solche Leute auch an der Basis hat hat ihr genug freiwillig um die Traineramte zu übernehmen im Oberwallis das ist natürlich nicht immer so leicht nein es ist nicht leicht aber wir eigentlich Juniore schon sehr früh in Sotegi also Ledila mit Training Teiltrainings gestalten und sind momentan auch in einer glücklichen Lage müssen sagen dass wir genug Trainer haben also das gefässe funktioniert auch sehr gut also zum Beispiel U17 Inter Trainer ist einer wo wir von unten an Brief gebrungen haben die U17 Junior in Inter trainieren und ich glaube es gibt andere Vereine die viel mehr haben wie sie die zukunft abschliessend Gespräche im ROTV Studio auf dem Handball im Oberwall lissen hast Ideen Visionen du hast gesagt du hast schon häufig angefangen hast neue Ideen ist im Kopf ja ich habe sicher Visionen also ich sage jetzt mal wenn wir uns in der ersten Liga vorne festsetzen das ist ein Schritt und mit den Jungen die nachkommen das weiss ich auch ich damals auch als ich war ähnlich war es so gab ich sage die mindestens erste Liga spielen wenn wir dich haben im Verein behalten warum nicht mal euch eine Liga höher gehen das ist und das zweite ist natürlich durch die neue Halle die wir auch ein bisschen können nach uns zu tragen glaube ich dass wir dich einiges bringen also ich bin sehr zuversichtlich und was ist dein Wunsch für das neue Jahr wenn es angefangen hat ja ich finde vor allem für die Handballfamilie hier dass wir arbeiten also wir wie gesagt mit Fischbarterben ein super Verhältnis und in allen Belangen also sei das Funktionäre Schiedsrichter und so wir sind effektiv momentan das Jahr habe ich intern im Vorstand schon paar mal gesagt das ist eigentlich mehr als zehn Jahre in der Funktion und wenn das so also es geht eigentlich momentan fast alles auf muss sagen man mit der ersten Mannschaft vorne dabei man neue Halle man hat viele Zuschauer also es könnte eigentlich fast nicht besser werden fast wunschlos glücklich kann man sagen Dominik ich bin immer der verrückte Hund das jetzt mal wieder etwas ausgrabt das neue Ideen bringt aber ich glaube das gehört auch immer dazu dass man nicht dran bleibt Dominik Karle besten Dank für den Besuch im R.O.TV Studio Merci vielmals und alles Güte für dich und deine Mannschaft in deinem Jahr in der Meisterschaft und natürlich in der Juniorenbewegung Merci vielmals Dominik Karle Das wäre es gewesen Die heutige Sendung mit Dominik Karle Er ist 2013 und wie in dem letzten Jahr in diesem Jahr in jeder Woche einen interessanten Gast aus der grossen Welt des Sport